Hallo liebe Lemon Days Frauen! Ja, schön, dass ihr euch das Video anschaut. Ich grüße euch aus der Baden-Baden-Allee. Hier sprießt und blüht alles. Der Frühling ist hier in Baden-Baden in der Allee richtig angekommen. Und der Frühling ist übrigens die beste Zeit, um deine Entgiftungsorgane anzuregen. Laut der TCM wird nämlich im Frühling die Leber und die Gallenblase sehr schön aktiviert. Und das wollen wir jetzt mit der ersten Übung machen. Wir wollen die Meridiane ein bisschen wachklopfen. Und die Meridiane für Leber- und Gallenblase befinden sich folgendermaßen. Also der Gallenblasemeridian an der Außenseite, Beinaußenseite, Körperseite. Und der Lebermeridian an der Beininnenseite und hier Rumpf bis zum Rand des Brustkorbs. Und deswegen wollen wir jetzt die Beine außen und innen wachklopfen. Du kannst das entweder mit den Fäusten machen oder mit der Handfläche. Schau, was für dich angenehm ist. Du gehst an der Beinaußenseite nach unten, kräftig klopfen und an der Beininnenseite nach oben. Ja, außen runter und innen hoch. Kräftig klopfen. Gut, und dann die andere Seite, da verlaufen natürlich auch die Meridiane. Außenseite runter und Innenseite hoch. Merkst du schon, das ist wunderbar auch um dich wach zu machen, um dich auch gut zu erden. Und vielleicht kannst du spüren, wie diese Energiebahnen verlaufen, so als Kribbeln oder als Wärme. Und dadurch werden Leber- und Gallenblase wunderbar angeregt. Die nächste Übung ist im Sitzen. Und dafür schließt du die Beine und du streckst die Arme auf Schulterhöhe aus. Kommst hoch auf die Zehen. Falls du Knieprobleme hast, geh in deiner Weise nach unten. Beugst in den Knien und kommst mit geradem Rücken nach unten. Setz die Hände auf und kommst zum Sitzen. Wir machen eine Variation des Drehsitzes. Und dafür winkelst du die Beine an und stemmst deine Fersen in den Boden. Richte dich richtig gut auf. Mach dich ganz lang. Stell dir vor, ein unsichtbares Band zieht dich hier nach oben. Und dann winkel dein rechtes Bein an und fass mit der linken Hand deine Zehen. Wenn das für dich schwierig ist, nimm einen Gurt dazu oder stell das Bein nah zu dir. Das ist auch eine Möglichkeit. Genau. Und hier guck, dass du den Oberschenkel richtig gut zum Oberkörper bringst. Und hier unter dem rechten Rippenbogen liegt nämlich unsere Leber, die hier gut angeregt wird. Die Schultern sind von den Ohren weg. Richte dich richtig gut auf. Und dann streck den rechten Arm nach vorne. Mit der Ausatmung dreh dich so weit wie möglich nach rechts auf. Und gleichzeitig zieh das Bein nah zu dir. Und dann lass den Atem tief in den Bauch hinein. Sehr gut. Halte hier einige Atemzüge. Schultern von den Ohren weg. Durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und mit der nächsten Ausatmung drehst du dich zurück. Und wir wechseln die Seite. Du kommst wieder gut auf deine Sitzknochen. Richte dich gut auf. Winkel dein linkes Bein an. Fass mit der rechten Hand die Zehen. Und zieh deinen Oberschenkel wieder nah zu dir. Der Unterschenkel ist parallel zum Boden. Wenn das schwierig ist, nimm einen Gurt dazu. Oder stell den Fuß auf und bring das Bein nah zu dir. Und dann streck den linken Arm vor dir aus. Mit der Ausatmung dreh dich nach links auf, so weit es dir möglich ist. Und gleichzeitig zieh das Bein nah zu dir, dass du Druck auf deine Bauchorgane auslässt. Die Schultern sind von den Ohren weg. Und lass den Atem tief in deinen Bauch hinein. Und mit der nächsten Ausatmung kommst du langsam zurück, löst das Bein, lockerst dich. Du kannst die Hände nochmal aufsetzen. Und dann kannst du dich zum Abschluss noch einen Moment hinlegen. Und reib deine Hände fest aneinander. Und dann leg deine warmen Hände auf, unterhalb deines rechten Rippenbogens. Und du kannst dir einfach auf die Augen schließen. Und stell dir eine grüne Blumenwiese vor, eine schöne Frühlingswiese. Und nimm dieses schöne Frühlingsgrün mit in die Übung. Und schick es zu deiner Lebergallenblase. Ein Blumenwiese. Untertitelung. Gut, dann nimm einige tiefe Atemzüge, löse die Hände, lass die Beine über eine Seite sinken und roll dich so langsam wieder nach oben. Ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Frühlingszeit und mache öfter etwas für deine Entgiftung, zum Beispiel dieses Programm. Alles Liebe, ciao!